nein scheiße und jetzt sind magensäure ist klar heute habe ich gespeichert ich weiß ich also gut das war gott ich darf nicht das machen so stehen bleiben was kommt denn jetzt noch alles im bereich des erträglichen aber diese dinger hier bedeuten irgendwas ist auch immer noch passiert oder ich bin ich nicht weiß nicht genau egal wir werden es ja sehen komm schon ich brauche ein bisschen Leben bitte danke noch ein bisschen Leben bitte danke noch ein bisschen Leben bitte danke scheiße vielleicht schon böse sachen drauf gähnst du hallo was macht der da einfach weiter drauf einfach weiter drauf liebe Leute also so ist anscheinend die beste die Auer der Wiese jetzt stellt der Gentil mir hier schon wieder also irgendwie billig doch mal sagen doch mal sagen man nervt mich nicht da hä darin jetzt MP Spende gelernt ja sehr schön ja äh werdet ihr gleich sehen oder das ist noch ein drittes Stadion nö ist tot äh billig Entschuldigung aber äh keine wirkliche Herausforderung muss ich sagen die Kraft der Zeit erhalten die Magie Stopp erlernt was ist denn Stopp äh kann mir einer erklären was Stopp ist Stopp Schild Stopp Straße Stopp Stopp also ist Kyrie jetzt eine leblose Puppe präzise und ihr Herz wurde genommen von den Herzlosen kein Zweifel sag mir was kann ich tun es gibt sieben Jungfrauen von reinstem Herzen wir nennen sie die Prinzessinnen der Herzen versammelt sie und eine Tür zum Herzen aller Welten wird sich öffnen dahinter wartet unermessliche Weisheit dort wirst du sicher einen Weg finden Kyries Herz zu heilen nun gewähre ich dir ein besonderes Geschenk die Macht zur Kontrolle der Herzlosen bald Kyrie bald oh Riku du Depp vollidiot vollidiot Entschuldigung ich hör schon auf vollidiot ja ich würde gerne nochmal zum Wald zurück wenn das ginge ach wisst du was das mache ich alles später also jetzt da nochmal überall hinspringen und sonst was ich sage mal ich alles später ist auch sehr viel angenehmer einfacher und Tudeloo Tudelitula und wir sind wieder Gummidings Moment was ist jetzt oh Geppetto und Pugon und Heil davon gekommen sind hoffentlich konnten sie sich irgendwo hin retten Riku Riku ist nicht da schwarzer Bildschirm Hä ja das ist wie ein Ackraber die sagt mir nicht dass ich nochmal nicht mehr da zum Wald hinkomme doch komm ich jetzt will ich aber erstmal ganz kurz äh genau erstmal zur Gummiver ja nein das war falsch egal wir gehen erst und zum Gummiver Tudelitula 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 und zwar haben wir doch in der Igre und die Kunier an nicht dran bauen wenn ich das richtig gesehen habe Was ist das denn? Moment mal. Äh, bada bada, Antrieb, Schilder. Antriebe. Cockpits wie Gradgummi. Heileffekt des Items steigt erheblich. Ah, okay. Dann werden wir das mal da hinbauen. Perfekt. Finde ich gut. Also jetzt haben wir ein neues Cockpit. Paketen haben wir keine, ne? Ne, Flügel. Schilder. Antrieb Feuergummi. Aber die Antriebe, die können wir noch nicht dran machen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ah, okay. Einen können wir dran bauen. Okay. Tempo 2. Schilds, äh, ja. Okay. Gut. Damit werden wir, äh, jetzt irgendwo hingehen. Und zwar nochmal nach Traverse mit Per Warp. Okay, ab. Sind wir in Traverse. Tra-da-da. Nehmen wir in Traverse. Äh, Accessoire-Laden passt ganz gut, ja. Obwohl eigentlich nicht, aber egal. Ja, hast du's bald, was das Bild schon mal so... Äh, da haben wir wieder den Typen hier. Ne, wir den... 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 So, wie viel raus. Wir bekommen können, können bis jetzt drei Trier-Tex. Es fehlt noch Geld und weiß, soweit ich das weiß. Weiß, 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 lustig. Ein, ich lass' das schon auf. Äh... Oh, boh, 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 boh. Lassen wir uns überlegen, 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 überlegen. Wohin wollte ich denn? Ich wollte erst mal noch zu sit. Ich möchte einkaufen zum Grün im Blaumen, wenn wir nicht... Ich möchte einkaufen, in Ordnung. Computer. Perfekt Obwohl Moment mal Mega-Gummi Voller Gummi Ne Antriebe will ich nicht Ich will Kanonen Mittlere Bordkanone Naja Ne Gitternetzgröße Machen wir auch nochmal Was aber noch sein soll Egal Ach nichts Okay Kommen später wieder Ja wir kommen später wieder So jetzt gehen wir mal eben Ins Atelier Und werden uns noch was schmieden Falls wir können Können wir nicht Weil wir keine Pyrosplitter Und sonst was haben Ah hier können wir mehr Ja richtig Schöne Sachen Nur haben wir von allen zu wenig Ihr seht es Leute Und dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017